Aber ich habe das Gefühl, man bekommt gar nicht so viele Freischsliste im gegnerischen straßraum yo doch nicht das doch schon wieder her es habe ich schon wieder festigen aber Okay, nice Mucke. Yeah, Junge, du alter Ficker. Er bleibt am Ball. Immer noch. Immer noch. Doch, warte. Ey, ich hab den rausgeholt. Ey. Ey, es ist das verkaufteste Spiel, was ich hatte. Ich steh 2-1. Ronaldo hat halt richtig, äh... Loll? Was soll das denn? So ein Bug. Super. Oh, der ist gut. Der ist auch gut. Der war gut. Gott sei, er macht ihn! Alter, exakt so. Haha, 1 zu 1, Alter. Team auf dem Hoop-Stage, Alter. Ohne Scheiß, der letzte Pack. Zack. Das ist einer! 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 Argentinien! Nein! Nicht nochmal Messi! 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 Ha! Ich hab nochmal Messi gezogen, Junge! Ich hab nochmal Messi gezogen! Nochmal! Das zweite Mal! 95! 96! Putz! Alter! Klippt das! Nein! Haha! Oh, was ein ekelhaftes Tor! Oh, was ein ekelhaftes Tor, Lewandowski! Ja! Oh, wie ekelhaft! Ronaldo! Ronaldo! Okay, jetzt ist er drin! Jetzt ist er drin! Jetzt hat er blutgeleckt, der Typ! Die letzten drei Schüsse, alles drin! Und dabei richtig geile Sachen, wie diese Haken-Lupfer! Oh mein Gott! Entschuldigung, Tobi! Das soll er dann nichts lecken! Das macht eigentlich keinen Unterschied! Es kann auch sein, dass zum Beispiel in deinem Gebiet der Internetanbieter da keine gute Anbindung hat. Ja, Geschwindigkeit schön und gut, aber Geschwindigkeit sagt auch nicht zu 100% über die Qualität der Verbindung aus. Hat er jetzt aufgelegt, Alter? Na ja, hat er jetzt gerade aufgelegt? Das ist eine Frechheit, Alter! Oh mein Gott, ey! Und steck die Brumme ab! Er hat's schickt, ey! Easy, ey! Gib mir her an. U-U-U-Z, Walk-Out! Komm! Deutschland! Boah! 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 Ganz unten, nochmal in die Mitte, Pelé, Van Dijk ist immer ein unangenehmer Gegenspieler, das muss man schon sagen, aber, okay. Oho, Neymar, du geiles Schwein, oh, was war das eben? Okay, komm, eins, zwei, und eins, zwei, sieh dann. So, ich, weg. Ich kann nicht mal weg. Ich hab das 2-0 gemacht. Hacker, walk out. Bullet? Hey, wer ist das? Wer ist das? Wolf? Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dazu brich ich gerade. Zwei Mal! Eins, zwei! Spielmanipulation, dieses andere. So, guck mal, die Passhilfe, ich weiß gar nicht, guck mal, das ist schon fernab von jeder Passhilfe, wenn ich da hinziele. Und Kai Walker ist die, wird anvisiert. Aber selbst, selbst, okay, selbst wenn die Passhilfe greift. Und ja, er will sich, äh, und er will sich Walker nehmen, wirklich. Schaut euch's an. Er will sich jetzt Walker nehmen. Nicht mal ansatzweise. Not even close, Digga. Stattdessen wirklich genau in den Fuß von Vardy. Anschließend, Gomez, Digga, hat gar keinen Bock auf irgendwas. Ja, tschau, Digga. Was willst du denn machen? Wirklich, du hast doch wirklich, du hast gar keine Kontrolle mehr über was im Spiel passiert. Wenn Iain nicht möchte, dass der Pass ankommt, dann kommt der Pass ordentlich an. Da kannst du machen, was du willst. Wirklich, also, Extreme hab ich's wirklich noch nie gesehen. Guckt, wo ich hinziele. Ich ziele, ey, es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Wollte ich nur mal ganz kurz hier anmachen. Äh, ich mach den Stream jetzt auch wieder aus, ich hab keinen Bock mehr. Bis zum nächsten Mal.